Es ist wirklich einfach nur noch unglaublich. Es scheint so, als wäre 2022, das 2008 der Krypto-Industrie und FTX und Alameda, die Lehman Brothers, ein reines Trauerspiel. Der Bitcoin befindet sich in freiem Fall. FDT hat einen Kursverlust von über 90, 95 Prozent. Auf allen Börsen sehen wir aktuell massive Auszahlungen. Wird das der Domino sein, der uns nach unten stößt? Und morgen kommen noch die Inflationsdaten. Wird das vielleicht der möglicherweise letzte Tritt in den Abgrund für die Krypto-Industrie? All das in der heutigen Folge Krypto-News. Schauen wir mal rein. Let's do this. Ja Leute, es ist wirklich einfach nur noch unglaublich. Ich kann persönlich nicht in Worte fassen. Und ich bin in dieser Szene seit drei Bullenmärkten, seit über sieben Jahren beobachte ich, was in dieser Szene passiert, was in den letzten 48 bzw. 72 Stunden passiert ist. Wir werden zu allem kommen. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Und zwar gibt es Neuigkeiten zum Thema FTX, der zweitgrößten Börse. Ihr wisst ja mittlerweile schon den Hergang, was da passiert ist. Und Binance hat jetzt geupdatet und quasi veröffentlicht, dass nach einem ersten Blick in die Bücher, das heißt in die Bilanzen von FTX, es sehr unwahrscheinlich ist, dass Binance FTX übernehmen wird. Und das ist für mich meiner Meinung nach die letzte finale Bestätigung gewesen, da angehend, dass es Löcher in FTX Büchern gibt, die nicht damit zu verantworten sind, dass es einen Banklauf gab, sondern tatsächlich mit den Assets der Nutzern scheinbar spekuliert wurden. Wir haben keine Information, es gab jetzt noch keinen Insiderbericht oder ein Statement von FTX, aber für mich kann es nicht mehr eindeutiger werden. Es ist wirklich einfach nur unglaublich und falls das stimmen sollte, falls es wirklich ein Loch geben sollte, dann stellt sich natürlich die Frage, wie groß das Loch ist. Unabhängig davon ist das aber verheerend, nicht nur für FTX und für alle, einschließlich mir, die FTX benutzt haben, die unglaublich viel Kapital immer noch auf dieser Börse liegen haben und diesen Menschen vertraut haben, sondern auch für den gesamten Markt und darauf kommen wir auch heute noch zu sprechen. Es gab zwischendurch aber noch einen kleinen Lichtblick und zwar hat Singapurs Staatsfonds Temasek über einen möglichen FTX Bailout gesprochen und sich interessiert daran gezeigt, aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich. Temasek ist einfach sehr, sehr tief investiert, war bei allen drei Runden, öffentlichen Runden von FTX mit drin. Das heißt, man könnte schon irgendwie sagen, dass Singapur bzw. der Staat Singapur einen großen Teil an FTX gehalten hat, neben natürlich BlackRock und den ganzen anderen. Ich persönlich denke aber, und das zeige ich euch jetzt gleich mit den Informationen, die jetzt dazu gekommen sind, dass vermutlich keine andere Börse, keine andere Entität FTX übernehmen wird. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr gering. Ich passe mich da auch entsprechend den Daten an. Es ist natürlich absolut verheerend, nicht nur für mich als Nutzer von FTX, für euch, für jeden, der FTX genutzt hat oder noch Assets of FTX hat, sondern wie gesagt für den ganzen Markt, weil das bedeutet, dass nicht nur Assets wie FTX am Markt abverkauft werden müssen, um irgendwie Liquidität zu kriegen, um irgendwie noch den Rest an Nutzer-Assets auszahlen zu können, sondern alles andere, was in irgendeiner Weise in Verbindung mit Alameda stand. Und das war nicht nur FTX, sondern auch, wie ich in meinen Videos gezeigt habe, teilweise große Teile an USDT, teilweise große Teile an Bitcoin. Alameda hatte ja seine Finger überall im Spiel. Die ganzen Länder, die Alameda gerettet hat, die jetzt aber wieder vorm Ausstehen, weil Alameda ja nicht mal selber Geld hat, es ist wirklich einfach nur noch eine Katastrophe und ein gigantisches Chaos. Warum ich der Meinung bin, dass FTX am Ende ist? Nun ja, zum einen hat jetzt die USA Ermittlungen hinsichtlich des Umgangs mit den Kundengeldern von FTX gestartet. Das heißt, die SEC ist gerade schon aktuell am Ermitteln herauszufinden, ob Gelder veruntreut wurden. Ich persönlich habe nichts von FTX gehört, schon seit mehr als 72 Stunden ist es einfach nicht zu glauben. Und jetzt haltet euch fest, was aktuell passiert ist, einfach nur noch unglaublich. Und vor allem meine Antwort, als rausgekommen ist, dass Binance quasi aufgrund des zu großen Liquiditätslochs es für sehr unwahrscheinlich hält, dann FTX zu übernehmen, ist ja dann quasi die indirekte Bestätigung, dass eben mit Assets von Nutzern spekuliert wurde. Und da will ich nochmal jeden daran erinnern, FTX hat selber über öffentliche Kanäle, über FTX Official, Sam, der Founder, hat selber Stunden, bevor es einen Zahlungsstopp gab, bevor die Withdrawals pausiert wurden, die Aussagen bei FTX, noch getweetet, dass alles in Ordnung wäre, dass ausreichend Liquidität da ist und dass nicht mit den Assets der Nutzern spekuliert wurde. Das heißt für mich, dass mindestens Sam oder mindestens eine Handvoll Menschen in den oberen Rängen von FTX darüber Bescheid wussten, aber wissentlich und intentionell falsche Infos verbreitet haben und das geht für mich meiner Meinung nach in die Richtung Betrug. Es geht in die Richtung Betrug, weil du diese Informationen nicht verbreiten kannst, nicht über deine öffentlichen Kanäle, wenn du weißt, dass du Milliarden an Löchern hast und Menschen ihre Gelder nicht bekommen und deswegen, weil sie auf dich vertrauen, auf deine offiziellen Informationen bauen, die du dir mit deinem Bild und deinem Status, den du über die letzten zwei Jahre aufgebaut hast, mit deinen ganzen Arenen, die du gekauft hast, mit den ganzen Tom Bradys und welchen Basketballspielern, die du eingekauft hast, aufgebaut hast und jetzt missbrauchst, um effektiv die Gelder der Nutzer zu klauen und anders kann man das nicht beschreiben. Es ist ein Skandal. Und das Schlimmste ist, was jetzt auch noch passiert ist, den Tag über hat Sam angefangen, diese Tweets, von denen ich hier spreche, wo man sieht, dass er am 7. November noch schreibt, FTX ist fein, Assets sind fein. Ihr wisst es ja, ich habe ja in meinen Videos drauf verwiesen, weil ich ja auch noch daran geglaubt habe, im naiven Glauben war, diesem Menschen vertrauen zu können. FTX says, enough to cover all client holdings, we don't invest client assets. Hat er jetzt gelöscht. Er hat die Tweets gelöscht. Es ist unglaublich. Wem kann man noch, wenn so etwas passiert, in dieser Industrie glauben? Ich habe es ja auch nochmal geschrieben. Ich hoffe, alle werden zur Rechenschaft gezogen, die wissentlich falsche Informationen verbreitet haben. Ich habe hier auch nochmal getweetet, das Kartenhaus um FTX und SPF ist in diesen Stunden am zerfallen. Ein reines Trauerspiel. Einmal eben diese Tweets, die von FTX offiziell und von Sam angefangen wurden, gelöscht zu werden. Es gibt keinen anderen Grund, diese Tweets zu löschen. Wenn es stimmen würde, wenn es zu dem Zeitpunkt gestimmt hat, hätte er sie nicht im Nachgang gelöscht. Er kann sie nur gelöscht haben, weil er jetzt nicht mehr daran denkt, FTX zu retten, keine Chance mehr daran sieht, sondern versucht, seinen eigenen Arsch zu retten und zu behaupten und die Tatsachen zu verzerren, als wäre er nicht da gewesen, hätte nicht aktiv noch Informationen dahingehend rausgegeben, dass die Börse sich nicht illegal verhalten hat. Absolut unglaublich. In den letzten Stunden hat der Großteil des FTX Legal Team, das Rechtsteam, gequittet. Das heißt, ihre Jobs gekündigt. Die FTX Ventures Seite ist down, die Alameda Seite ist jetzt weg. Es ist wirklich einfach nicht in Worten zu fassen, was für einen Grad an Enttäuschung ich habe. Und da kommen wir auch zu meiner Meinung zu sprechen. Natürlich, an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, auch ich war jemand, der lange Zeit auf diese Informationen gebaut hat, die er bekommen hat. Ich dachte, ich könnte diesen Menschen vertrauen, aufgrund der Basis des Produktes, was sie gebaut haben, aufgrund der Kommunikation, die vorher bestand, aufgrund der ganzen Investoren, die hinter ihnen standen. Aber ich wurde enttäuscht. Ich lag falsch. Und jetzt muss auch ich für diesen unglaublich fatalen Fehler von mir selber quasi büßen. Ich habe es auf Twitter getweetet. Auch ich habe diesen Spruch, not your keys, not your coins, heute über den harten Weg lernen müssen. Denn auch ich habe immer noch siebenstellig auf FTX liegen. Und ich versuche, dieses Geld in meinem Kopf aktuell schon so zu behandeln, als wäre es weg. Und was mich auch eine Zeit lang gekostet hat, beziehungsweise die letzten zwei Tage gekostet hat, war zu verstehen, dass zwar CZ die Person war, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und vielleicht auch böswillig, vielleicht wollte er auch FTX über ihn, vielleicht war alles von Anfang an geplant. Mag ja sein. Aber am Ende des Tages, das waren auch meine Worte bei der Luna-Sache, ist nicht die Person verantwortlich, die Luna zum Sturz gebracht hat, selbst wenn es ein Angriff war. Sondern das Team von Luna, das überhaupt Angriffsfläche geboten hat, das überhaupt ermöglicht hat, dass so etwas passiert. Und das Gleiche ist in diesem Sinne auf FTX übertragbar. FTX, Sam und alle, die involviert sind, die angefangen haben, Nutzer-Assets zu spekulieren, was sie niemals hätten machen tun. Die angefangen haben, sich so ein legites und so ein sicheres und vertrauenswürdiges Bild aufzubauen, das haben sie ja nicht mal nur vor uns, sondern vor den größten Investoren der Welt, BlackRock, Softbank, Sequoia, dem Staatsfonds von Singapur und den ganzen Regulierungsbehörden, die schon mit FTX zusammengearbeitet haben. Und es dann aber ausgenutzt und uns alle enttäuscht, mit unseren Assets spekuliert, ein Liquiditätsloch verursacht und diesen Angriff ermöglicht. Es ist die Schuld der Person, die diesen Angriff ermöglicht hat. In einem freien Markt wird jeder, wenn er die Chance hat, die Chance nutzen, sein Kapital effizient einzusetzen. Dementsprechend habe ich da auch keine Hardfeelings mehr gegenüber CZ. Es war eben ein Prozess, das Ganze zu verstehen. Ich dachte am Anfang, es wäre unbegründet. Ich dachte, es wäre fad. Ich habe den Tweets von Sam und FTX geglaubt. Am Ende hat sich herausgestellt, es war anders. CZ hatte recht. Er hätte es nicht so machen können. Er hätte es hinter den Kulissen klären können. Es hätte einen anderen Weg geben können, dem nicht so viele Menschen ihr Geld hätten verloren müssen. Aber trotzdem kann man nicht CZ dafür blamen, sondern muss einfach fairerweise sagen, es ist reine Schuld von den Personen bei FTX, die darin involviert haben. Und ich persönlich weiß, dass ich einfach nicht anfangen kann. Das ist auch eine Erkenntnis, die über die letzten Stunden gekommen ist. Anderen Instanzen, über die ich keine Kontrolle habe, die Schuld für mein Verhalten zu geben. Ich war am Ende des Tages der, der sich dazu entschieden hat, diese Coins auf dieser Börse zu lassen. Deswegen muss ich mich selbst dafür verantwortlich machen für den Verlust, falls ein Verlust entstehen sollte. Wie gesagt, es ist noch nicht alles safe, aber das ist jetzt quasi meine Einschätzung. Die teile ich so transparent und ehrlich mit euch. Da muss ich mir einfach an die eigene Nase packen dafür. Ich habe es auch nochmal getweetet. Mein Vertrauen wurde massivst missbraucht. Ich bin enttäuscht von CZ und von Sam, aber am meisten von mir selbst, dass ich mich blenden lassen habe. Hier seht ihr es auch nochmal. Vor einem Tag hat FTX, der offizielle Account, noch geantwortet. Also gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen könnte. Als Zitat auf den Tweet von Sam, wo er noch sagt, alles ist gut. Wo dann Leute gefragt haben, ist alles in Ordnung? Und sie sagen, ja, alles ist noch gut. Also wirklich einfach nur unglaublich. Ich muss an dieser Stelle nochmal eine Sache sagen. Es war einfach wirklich mein Fehler, dass ich dieser Plattform vertraut habe. Jeder, der sie benutzt hat, weiß, wie gut sie war. Ich glaube, ich bin damit aber auch nicht der Einzige. Wirklich die intelligentesten Köpfe im Cryptospace auf Twitter. Hatten Affiliations in irgendeiner Weise mit FTX. Haben sie benutzt, haben sogar teilweise ihr Geld noch drauf. Es hat wirklich alle erwischt, weil es einfach so unabsehbar war. Meine persönlichen Learnings, das habe ich auch auf Twitter getweetet zu dem Ganzen, um in irgendeiner Weise noch zu versuchen, zumindest etwas Positives aus dem Ganzen zu ziehen. Was bringt nichts, quasi sich dann in sein Zimmer einzuschließen und traurig zu sein. Egal, wie viel Geld man verloren hat, ist erstens, und das ist das Wichtigste an dieser Stelle, not your keys, not your coins. Egal, wie alt dieser Spruch ist. Egal, wie sehr man denkt, wie modern und reguliert die Börsen heutzutage sind. Man darf nicht vergessen, wofür eigentlich Bitcoin steht, und das ist Self-Custody. Die Eigenaufbewahrung von Coins, dafür wurde Bitcoin erschaffen. Nicht, dass wir wieder unser Geld und unsere Assets in die Händen von zentralisierten Institutionen geben, bei denen wir keine Einsicht haben, was wirklich hinter den Kulissen passiert, bei denen wir nicht wissen, wie viele Leichen sie im Keller haben und am Ende einfach nur enttäuscht werden können. Als zweites Learning habe ich geschrieben, don't get emotionally attached. Die gleichen Personen, die gestern noch die Helden waren, können morgen die Bösen sein. Man weiß nie, was wirklich hinter der Fassade passiert und sollte sich nie zu sich erfühlen. Emotionen von Daten trennen und stets objektiv handeln. Und an dieser Stelle ist das auch auf mich bezogen. Ich war lange Zeit noch zu emotional. Ich habe mir zwar die Daten angeschaut und ich habe zwar auch bis gestern noch keinen eindeutigen Fakt dahingehend bekommen, dass FTX insolvent ist, aber das Verhalten war so suspicious, dass ich hätte nicht auf den guten Willen in mir denken und hören sollen, dass ich diesen Personen in irgendeiner Weise vertrauen kann, weil am Ende des Tages hat meine Assoziation überhaupt mit FTX für in irgendeiner Weise noch zusätzliche Glaubwürdigkeit gesorgt, die nicht hätte da sein sollen und ich fühle mich dahingehend einfach ausgenutzt. Es ist meine Schuld am Ende. Ich bin emotional attached gewesen und ich denke auch viele andere. Und als drittes Learning habe ich mir aufgeschrieben, together everyone achieves more. Gerade in dieser Industrie passieren solche Vorfälle immer wieder und manchmal erwischt es auch die Besten. Wir sind am Ende des Tages alle nur Menschen, nicht jeder handelt mit bösen Absichten. Weniger gegeneinander, mehr miteinander. Und ich meine diese Learnings wirklich auch aus Herzen. Ich bin seit, ich denke, den letzten drei Tagen quasi dauerwach. Ich habe nicht wirklich geschlafen. Ich beobachte die Situation zu jedem Moment selbst mit. Natürlich zum einen, weil ich da eine große, große Menge an Geld noch drin liegen habe. Zum anderen, weil ich einfach diesen Vertrauensbruch und das Investment, was nicht monetär stattgefunden hat, sondern mit mir, wie ich mich quasi fehlleiten habe, überhaupt zu denken und anzunehmen, dass das, was diese Menschen sagen, korrekt ist und der Wahrheit entspricht, ist mir selber einfach nur perplex. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich zu früheren Zeiten beispielsweise, als dieser Kanal noch sehr frisch war, anderen Influencern teilweise Vorwürfe gemacht habe, wenn Projekte oder Börsen, die diese beworben haben, dann sich daneben benommen haben. Ich habe es dann damals auch teilweise auf die Influencer geschoben und habe gesagt, ihr habt euch auch unverantwortungsbewusst verhalten. Jetzt reflektiere ich und sehe das ein bisschen anders. Man kann es nicht immer wissen, man muss aber immer ganz klar zum Ausdruck bringen, dass keiner wirklich weiß, was sicher ist und was nicht. Man hat es jetzt gesehen, deswegen sollte man nicht am Ende Vorwürfe machen, man sollte zusammenarbeiten und das ist wirklich auch eines der wahrscheinlich wichtigsten Learnings, wenn Binance und FTX zusammengearbeitet hätten, wäre das wahrscheinlich nie passiert, wenn sie Binance nicht irgendwann rausgeworfen hätten. Wahrscheinlich wegen Geo oder vielleicht, weil da auch schon die Assets komisch waren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was passiert jetzt aktuell? Das ist das Kritischste an dieser Situation. Wir sehen aktuell auf allen Wechselbörsen massive Auszahlungen. Allein in den letzten 24 Stunden, das war heute Morgen noch. Es hat sich bisher noch deutlich, deutlich mehr verändert. Und was ich hier dazu geschrieben habe, ist, dass FTX uns ja gezeigt hat, egal wie positiv es von außen aussieht, wir am Ende nicht wissen, wie viele Leichen wirklich im Keller sind. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich aktuell von jeder Börse alle meine Coins, die noch übrig sind. Auch FTX auch, aber da passieren ja keine Auszahlungen leider. Auf meinen Hardware-Wallets hier, ich benutze übrigens hier das Ledger-Hardware-Wallet. Das wisst ihr, ich habe ja schon einmal ein Video über das ganze Thema gemacht. Ich habe es nie wirklich aktiv beworben, weil ich dachte, hey, ich habe ein Video dazu gemacht. Ich erwähne es immer mal wieder, dass es relevant ist. Aber ich möchte das ändern. Ich möchte ab jetzt, und ich habe mir auch da Gedanken um das ganze Thema gemacht. Denn viele fragen mich aktuell, hey Hoss, was ist jetzt? FTX war die einzige Börse, die ich benutzt habe? Oder FTX war meine Lieblingsbörse? Oder du zeigst diese Auszahlung, alle anderen Börsen sind Coins am Verlieren. Was soll ich jetzt machen? Wo soll ich jetzt hin? Auf welche Börse? Was benutzt du? Was ist jetzt sicher? Und ich muss an dieser Stelle ganz klar erstmal vorab sagen, egal was ich jetzt sagen werde, es liegt natürlich in eurer Verantwortung. Das ist keine Finanzberatung. Ich sage euch, wie ich mich verhalte und wie ich mich verhalte ist. Ich ziehe alle meine Coins aktuell erstmal vorübergehend. Vor allem während diesen Tagen von allen Börsen. Ich vertraue niemandem mehr aktuell. Aber natürlich habe ich auch nicht nur FTX benutzt. Ich habe auch Binance benutzt und BitGet benutzt. BitGet eigentlich größtenteils fürs Traden, vor allem fürs Hebel-Traden. Die sind einfach deutlich moderner und Binance eben für On-Ramp, Off-Ramp, Ein- und Auszahlungen. Das heißt, falls es euch interessiert, welche Plattform ich benutze, falls ihr diesen Kanal irgendwie unterstützen wollt, weil ich habe viel und lange darüber nachgedacht. Ich möchte nicht, dass hier Werbung geschaltet wird auf diesem Kanal. Ich möchte keine Spenden von euch akzeptieren. Einfach gerne wollen, dass ihr ganz normal die Produkte benutzt, die ihr benutzen könnt. Aber in irgendeiner Weise diesen Kanal unterstützen könnt. Und deswegen, falls ihr interessiert daran seid, diese Börsen sind unten verlinkt. Auch der Kauflink zum Ledger ist unten verlinkt. Und das ist hier dieser USB-Stick, dieses Hardware-Wallet. Und dieser Kanal verdient quasi einen kleinen Teil an Provisionen, wenn ihr irgendetwas über diese Plattform macht. Einfach nur, um diesen Kanal zu unterstützen. Müsst ihr natürlich nicht machen. Wie gesagt, ist unten verlinkt. BitGet, die Plattform, die ich zum Trading benutze. Aktuell, wenn ich Trades offen habe, schließe ich sie. Sobald sie geschlossen sind und ich nicht vorab, einen neuen Trade zu machen, zahle ich es mir direkt auf mein Hardware-Wallet raus, weil ich einfach aktuell nichts und niemandem traue. Der Grund, warum ich mich für diese beiden Börsen vor allem auch entschieden habe, ist, weil beide Börsen zum Ausdruck gegeben haben, dass sie aktuell schon bereits an einem transparenten, dezentralen Proof-of-Funds-System arbeiten. Das heißt, dass jeder Nutzer zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen kann, wo sich aktuell seine Funds befinden. Mehr Transparenz ist mir persönlich wichtig. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich keine dieser Börsen nennen. Aber ich möchte, und weil vor allem diese Frage so oft gestellt wurde, ein bisschen mindestens einen Blick dahingehend geben, wie ich mich verhalte. Wie gesagt, zu jedem Zeitpunkt alle Coins, vor allem aktuell jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen, wo es quasi noch ganz stark nach unten gehen kann, auf einem Cold- bzw. Hardware-Wallet bewahren. Und wenn ihr Trades, wie beispielsweise ich, ich habe gerade aktuell ein paar Trades offen auf BitGet, sobald ich sie schließe und nicht vor habe, neu aufzumachen, ziehe ich die Coins auch wieder runter. Und sobald ich neue Trades aufmachen will, ziehe ich sie wieder raus. Natürlich geht das jetzt aktuell nicht so einfach, nicht so easy. Deswegen trade ich auch weniger. Beziehungsweise das Risiko ist teilweise jetzt gerade noch da. Aber ich glaube, von guten Gewissens an dieser Stelle, dass diese Börsen relativ sicher sind, den Umständen entsprechen. Aktuell ist nicht sicher. Das muss man hier ganz klar an dieser Stelle sagen. Denn das Schlimmste, was uns bevorstehen könnte, wenn man denkt, hey, es kann gar nicht schlimmer werden, könnte uns bald bevorstehen. Und zwar sehen wir morgen die Inflationsdaten, die CPI-Daten. Wir haben im letzten Video schon darüber gesprochen. Und jetzt stellt euch mal vor, die CPI-Daten kommen nicht wie erwartet besser als erwartet, sondern schlechter als erwartet. Und das zu einem Zeitpunkt, bei dem wir uns krypto-intrinsisch quasi schon in einer absoluten Krisensituation befinden. Das wäre ja mal offiziell der letzte Exogene, von dem ich ja öfter auf meinem Kanal gesprochen habe, der uns dann hier über diese Klippe stürzen würde, runter in diese Bereiche von 13k. Und da ist jetzt die Frage, wird das der letzte Dominostein sein oder nicht? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich warte auf die Daten. Ich glaube nach wie vor, dass die CPI-Daten relativ gut reinkommen werden. Aber ob wir jetzt hier eine Bärenmarkt-Rallye kriegen, auch wenn die CPI-Daten besser reinkommen als erwartet, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Denn wir wissen aktuell nicht, was alles noch hinter den Szenen losgeht, wo überall noch Leichen im Keller sind, was jetzt quasi als Contagion-Effekt, als Seucheneffekt jetzt nach diesem Blow-Up von FTX und Alameda passieren wird. Wir haben es ja bei 3Eros Capital und bei Luna gesehen. Das war nicht in einem Tag vorbei. Deswegen will ich hier keine falschen Hoffnungen verbreiten. Selbst wenn die Daten positiv sind, könnten wir einen Up-Move sehen, aber ich glaube nicht. Und habt auch meine Meinung dahingehend wieder verändert. Einfach den Daten entsprechend, weil ich verhalte mich entsprechend der Daten, dass dieses ganze FTX-Drama erstmal den Kryptomarkt auf jeden Fall drücken wird. Ich würde sagen, Leute, es bleibt nichts anderes als abzuwarten und zu schauen, was morgen passiert. Ich werde morgen ein Update-Video dazu machen und ich bin vor allem sehr, sehr aktiv auf Twitter. Ist unten verlinkt. Könnt ihr gerne abschauen. An dieser Stelle noch einmal kurz. Ihr versteht das nicht. Ich weiß nicht, wie ich in Worten ausdrücken soll, was für eine Enttäuschung ich habe. Es ist einfach ein Moment, wenn ihr mich gefragt hättet, und das sage ich auch so offen und ehrlich, wenn ihr mich wahrscheinlich vor ein paar Monaten gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass die Chance, dass das passiert, dass FTX und Alameda insolvent gehen, bei 1 zu 100 liegt. So einen Risk-Reward hätte ich für den Trade eingenommen. Ich hätte wahrscheinlich die Gegenseite des Traders sogar eingenommen. So überzeugt war ich davon. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige war. Viele Leute mit viel Kapital, viele sehr bekannte Gesichter von Twitter, teilweise High-Stacks Capital, der für seine 100 Millionen Trades bekannt ist, sitzt auf FTX fest und hat bis zum letzten Moment dran geglaubt. Wir wurden alle quasi erwischt und mir ist das auch noch nie seit den sieben Jahren, in denen ich in diesem Space bin, so passiert. Und es war echt ein harter Moment auch erstmal. Ihr wisst ja, gestern im Video habe ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Kanal weiterführen kann, weil hier so viel Arbeit und Zeit in diese Videos gesteckt wird. Mit FTX der einzige Werbepartner quasi weggefallen ist, den ich hatte und ich eigentlich keine Werbung mehr für irgendwas machen will, vor allem nachdem, was passiert ist. Deswegen mache ich das jetzt auch so, wie ich es mache. Ich sage euch, hey, ich persönlich, diese Links sind da. Ihr könnt sie benutzen. Risiko liegt bei euch. Erst wenn die Proof of Funs da sind, können wir hundertprozentig nachvollziehen. Aber das sind die Plattformen, die ich benutze. Und wenn ihr sie benutzen wollt, meldet euch gerne an. Dann unterstütze diesen Kanal. Es waren wirklich unglaublich turbulente. Drei Tage für mich. Ich habe kaum Schlaf bekommen. Ich denke, man sieht es mir auch an. Ich hoffe, dass wir einfach als Community und als Industrie irgendwie aus diesem Feuer, was gerade brodelt, gestärkt gemeinsam rausgehen können. Ich meine das wirklich ernst. Ich hatte teilweise Momente in den letzten Tagen, wo ich selber mich unglaublich down gefühlt habe. Aber es bringt einfach nichts, quasi sich in ein Loch, in eine Ecke zu setzen und negativ und traurig zu sein und zu hoffen, dass es weggeht. Dementsprechend versuche ich euch einfach weiter mit Content zu beliefern. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde diesen Kanal nicht schließen. Ich werde mein Bestes geben, den ganzen Hate, der jetzt kommt. Bei vielen Leuten fällt es leicht, einfach mit dem Finger auf jemandem zu zeigen und jemandem die Schuld zu geben. Ich werde versuchen, das auszublenden. Es fällt mir wirklich schwer, weil ich selber auch einfach so enttäuscht bin. Aber ich war die letzten knapp zwei Jahre für euch da und ich werde es auch hoffentlich weiterhin für euch sein. Das war es von dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass es sich irgendwie bessert. Peace.